So, guten Morgen! Mein Haus ist fertig. Schön. In diesem Haus ist der Ofen hier. Interessant. So, dann würde ich sagen, steht hier alles ein bisschen doof. Wobei, die Dinger kann man ja großartig so lassen. Die Kisten passen da sogar hin. Da war das mal weg, da sind das auch. So, dann... Ich mag da irgendwie... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich ne die Lampe. Ich platziere die da. So. Dann platzieren wir den Recycler. Hier. Den anderen Recycler. Das gibt auch hier. Kohlemaschine. Kann man hier platzieren. Und die Öfen. Platziere mal dabei. Eins. Ich. Zwei. Drei. Wir machen nochmal den vierten Ofen. Dann haben wir eine... Wir brauchen eine neue Kiste. Machen wir hier hin. Dann haben wir... Was ist die Trashkiste? Kann man nicht... Wenn ich jetzt die abmache, ist dann das Zeug noch drin. Komm schon. Dann kann ich sie nicht einfach wegmachen. Ja, anscheinend nicht. So. So. Ähm, so. Die war schwarz. Und die packen wir jetzt einfach mal hier hin. Aber ich glaube ich mach das Ding dann mal weg. Nein, nicht das. Das da. Genau. So. Machen wir dann lieber drei Recycler hin. So. Packen wir das hier in den Recycler. Das und das. Und Stöckchen. So. Schwarze Kiste. Schwarze. Dann die Henne. Ich glaube ich müsste mal... ... das Zeug wegpacken. Ähm. Ich überleg gerade. Das Rot haben wir schon. Das Rot haben wir auch schon. Das ist ein anderes Pink. Das ist ein anderes Pink. Das gibt's ja nicht noch irgendwie ein anderes. Schöne. Das Lila. Ähm. Nehmen wir so'n Grau. So. Packen wir das hier rein. Das und das auch. Achso. Das wollten wir ja hier. So. Gut. Packen wir... Achso. Ja. Muss man erst das Zeug rausrollen. So. Jetzt satt. Das war die rosa Kiste. Ist jetzt hier. Das ist jetzt eine Monsterkiste. So. Das, 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 das. Das, 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 das. Das, das. Und das und das. So. Dann haben wir hier noch... ... die Kiste. Da brauchen wir noch eine Essenskiste. Wobei, wir haben jetzt einen Kühlschrank. Das heißt, wir können das hier in den Kühlschrank packen. Und das hier auch. Ja, schon mal etwas, ne? Ähm. So. Das hier und das hier in den Kühlschrank. Und wir packen uns aber trotzdem noch mal in eine Kiste. Da hab ich jetzt nicht wirklich kein Holz mehr verdammt. Das mit einer Essenskiste. Dann machen wir noch eine Kiste für Krusch. So. Die Essenskiste. Ach ja. Und die andere da. So. Die Essenskiste wäre rot. Und die andere Kiste weiß ich noch nicht. Ähm. Was könnte man denn da für eine Kiste nehmen? Was könnte man denn da für eine Farbe machen? Hm. Orange haben wir schon. Ist auch ein rot. Kann man mal so lassen. Äh. So. Ähm. Achso. Die Tier-Sachen. Die könnte man da reintun. Was nennt man da denn für eine Kistenfarbe? Dunkelgrün? Hm. Weiß nicht. Ah. Dann mach mal. Mach mal die Lila. Achso. Komm mal hier. Das Zeug rein. Das, das. Das einfach auch mal. So ein Zeug. So. Zeug zum Farmen. So. Mach mal. Das, 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 das. Das einfach auch mal. Das, 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 das und das und das und das. Das, das, das und das. Das, das, das. Das und das. Das und das. Das und das. Ich kann einfach mal grob das ganze Zeug hier rauspacken. Und das ist ne rote Kiste. In die rote Kiste packen wir erstmal. Entschuldigung. Packen wir hier hin. Weil die rote Kiste ist einfach so mit so Zeug das was ich nicht großartig brauche. So. Das hier, 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 das hier. Ja, der Hügel. Wie schaut das denn aus? Das passt dann nicht hin. Das ist zu groß. Wenn ich das jetzt hier hin packe. So. Haben wir sonst noch was drin? Ist das ein rotes? Schaut irgendwie, nein. Passt nicht. Hm. 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 Ich möchte das hier hinpacken. Ich möchte das hier hinpacken. Ich möchte das Bild hier hin haben. Spontan. Ich möchte das jetzt hier hier hoch aufgeben. Wie sollte das hier hier umpacken? Süß. Es tut mir leid, der Traktor gehört nicht mir. Dekoration fürs Bettchen, ne? So, ähm... Was sollte ich tun? Soll ich den Ofen... Den packe ich einfach auch mal hier rein. So, und die Angel brauche ich auch nicht mehr. Dann Fresschen, kommt in die Fresschenkiste. Die Fische hätte ich gern mal weiter drüben. Mal wegmachen, das ist das erste Blau. Passt nicht so viel rein, Kacke. Äh... Muss ich die kurz auch da reinpacken. Hm... Pack mal kurz die Muschel auch noch mit da rein. So... Jetzt aber... Gut, das war das erste Blau. Ich überleg mir nicht, mach die gleich nochmal weg. Ach ja, da kommt er dann Weg hin. Stimmt irgendwo da... Ja, da lassen wir uns hin weiter. So, machen wir Blau. Kommt das rein. Die Fische. Plup, plup, plup. So, und die Muscheln. Dann die hellblauen Dinger nochmal. Plup, 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 plup. So, das, 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 und das, und das. So, das Heu pack mal hier rein. Wo sind meine Dioden? Hat die da nicht auch noch eine? Irgendwo? Mal kurz gucken, da ist nix. Hm, hab ich die wieder ganz weggepackt. Und jetzt find ich meine Dioden nicht mehr, ich hatte Omnigeoden irgendwo. Da. Äh, so. Haben wir da noch nicht irgendwas anderes? So. Hm, naja, nicht unbedingt was, was mir jetzt gut gefällt. Ja, so, gut, dann... Wollt ihr da noch irgendwas haben? Glaub nicht. Gut, gehen wir mal. Oh, wir können ernten. Hopp, 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 hopp. Hm, so. Hallo Misa. Ich weiß, du bist mit der Farm beschäftigt und kannst mich deswegen nicht besuchen. Ich verstehe, dass du arbeitest zu hart, machst so weiter und du kannst alles schaffen. Alles, liebe Papa. Wie heißt, ich habe einen Fakulitätssteine beigelegt. Dankeschön, Papa. Äh, ich muss mal kurz hier das Zeug hier nochmal wegräumen. Jetzt geh mal schnell zu Klimt, bevor ich das vergesse. Und, äh, ja. Machen und... Machen und unsere Angst. Statt. Ich hab jetzt erst mal Altersheim gelesen. Unten. Das war aber abbrechen. So. Die Ionen aufbrechen. Ich hoffe, ich habe heute etwas Glück. Sonst nehmen wir es ein bisschen ungünstig. Ui, Iridium. Du-du-du. Dong. Vielleicht haben wir sogar was dabei, was wir brauchen können. So. Das noch... Immer noch vierzehn. Noch dreizehn. Na komm, gib mir ein bisschen was für Gunter. Ich weiß natürlich gar nicht mehr, was ich habe und was ich noch nicht habe. Also, das tut mir ein bisschen leid. Jo. Wunderbar. Oh, eine Nähmaschine. Und das ist eine Schrankmaschine. Zwergengereit. Ich könnte auch eine Nähmaschine nehmen. Wie viele sollen. Na, so haben wir noch vier. Ui, wir haben ein bisschen Gold bekommen. Das ist nicht schlecht. So. Und. Noch das letzte. So. Schau mal, was... Achso, ja. Warte. Wir können Werkzeuge verbessern. Und wir verbessern unsere Spitzhacke. So. Aber die brauchen wir für den Winter. Und deswegen tun wir die verbessern. Wir nehmen mal was. Tja, wir können was dem Museum spenden. Super. So, wir spenden das. Hä? So, ich hatte zwei davon. Wir spenden das und wir spenden das. Wir spenden das. Und wir spenden das. Wir spenden das. Und wir spenden das. Weil sonst war es das, würde ich sagen. Ja, aber meine Stimme... So. Super. Und zeig mir, gib mir Geschenk. Weil wir haben einen Wert bekommen. Nein, Bücher möchte ich jetzt nicht lesen. Verspürt zwar gerade keiner den Weg, aber... Ne, möchte ich jetzt nicht. Schauen wir mal nochmal zum Strand. Vielleicht haben wir da schon wieder was rumliegen. Na so. Wunderbar. Was haben wir da eigentlich, wenn ich jetzt gar so nachdenke, für ein Achievement bekommen? Was war das? Für ein Achievement. So, verdiene 15.000 Gold. Verdiene 50.000 Gold. Ah, wahrscheinlich das gehabt, oder? Hammer? Ne. Es sollte schon mehr sein. Was freut dich mit jedem an? Jo, freut mich mit vier Personen an. Ach ja, weiter, dann haust das aber willkommen. Dann sieh ihr eine an. Ein Buch. Ich habe ein verlorenes Buch gefunden. Geht's ja noch irgendwo was zum Sammeln? Äh, ist jetzt nicht so viel. Gut, dann gehen wir schon wieder nach Hause. Wir müssen Geld ansammeln für den... Nachtmarkt. Nach dem Nachtmarkt müssen wir noch Geld ansammeln. Äh, für, ja. Ach, für das nächste, ja. Hm, da laufen gerade alle irgendwie rum. Hm. Ach, scheiße. Wir haben letztens keinen... Die eine Quest nicht fertig machen können. Was? Ich versuche jemanden mit Kupfererz zu bringen. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, ich habe kein Kupfererz. Nicht heute. Heute nicht. Ja, so. Hier noch was zum Sammeln. Und da noch was. Oh. Da haben wir auch noch was. Und hier auch. Jetzt wahrscheinlich noch überall irgendwo was, wo was rumliegt. Oh, das sind wir mal. So, das war dann nichts Interessantes. Schade. So, gießen brauchen wir heute nicht mehr. Aber ernten sollen wir nochmal. Den Rest nochmal ernten. So. Ja, ich weiß, ich könnte auch oben wieder Bein reinmachen. Aber ich möchte gerne, dass das alles gleichzeitig fertig ist. Deswegen habe ich da jetzt nichts reingepackt. So. Meine Hühnchen sind bestimmt... Äh. Naja. Ich kann ja noch streicheln, aber da kann ich mir leider kein Heu rausnehmen. Das ist kacke. Das ist doof. Und dann können wir schon wieder ein bisschen was verkaufen. Wie zum Beispiel das hier und das hier und das hier und Glascherben. Und das und das und das auch. Und achja. Das hier kann man verkaufen. Ich glaube, das war's nochmal für den Vorwärteranfang. So. Dann... Möchte ich kurz mal... ... mein Zeug, mein geerntetes Zeug weglegen. Ach, da kommt das Silberbezeug auch nochmal rein. Gut. Ich mach das nochmal weg. Und die Muscheln. Wo sind die denn jetzt? Was ließ denn da hinten? Genau. Das sind die guten Muscheln. Und das sind noch die schlechten Muscheln. Ja, Entschuldigung. So. Ich hätte gern die vertauscht. Aber jetzt möchte ich gern lila haben. Und die ist grau. So. Ich überlege gerade, ja. Der hat doch irgendwie schon so... Das ist... Ja, so. Ähm. Mal alles hier raus. So, gut. Und hier kommen... Ich überlege jetzt gar die ganzen Namen noch so. So, wie hab ich denn das sonst nochmal gemacht? Aber ja, in diesem Spiel hab ich so, dass das lila, ne? Ähm, ja. Dass das die Materialien sind. Also, sowas hier. Eisenärzt. Das hier. Das hier. Das, 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 das. Das, das, das und das und das und der Rest. Was sind die anderen Dinge? So. Gut. Und dann tun wir die Statue nochmal weg. Äh, ich überlege gerade noch. Haben wir noch irgendwie? Was brauchen wir denn für einen Ofen? Wallop. Wallop. Stein und Kupfererz. Wie viel Kupfererz haben wir jetzt noch? 13. Mist. Funktioniert nicht so, wie ich das gern hätte. Äh, so. Ja, na dann. Okay, kann man das auch nicht wegmachen, ja? Ja, doch, wegmachen kann man schon, aber bringt nichts Großartiges. Ja, dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen runter und tun noch ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Bäumchen wegarbeiten. Einfach nur, weil wir was können. So. Ja, was können wir, weil wir noch Energie haben. So, ich habe auch noch ein Bäumchen. Meine Stimme gibt auf. Wie immer, ist ja nichts Neues. So. Das Bäumchen weg. Oh, das sind Würmer. Die Schaummasse sind auch da. So. Na, da war jetzt nichts so Interessantes. So. Das Bäumchen nochmal weg. Mich interessiert, ob unten auch noch was liegt. Mal kurz da durchschauen. Da ist ein Bäumchen, das machen wir jetzt grad mal nicht weg. Wenn hier noch was liegt, kann ich das auch noch schnell mitnehmen. Was ist das für ein Baum? Ah, das ist Ahorn. Ah, das ist Ahorn. Also Ahorn müssen wir noch pflanzen. Ach, das ist ein Busch. Mensch. Sag mal ganz ehrlich, so komme ich jetzt da nicht hin. So, dann auch noch ein bisschen Ahornbumpchen weg machen. Dann haben wir nämlich demnächst im Winter. Da braucht man nicht so viel Zeug aufräumen, sondern kann man die meiste zerfischen. Wir sollten relativ viel Holz haben. Was sehr gut ist. Weil Holz musste ich letztens kaufen, da ich kein Zimmer hatte. Ist immer gut Bäumchen wegmachen. Also, hier noch ein Bäumchen. Jetzt wird's schon wieder spät. Das geht doch. Geht noch. So. Hier noch irgendwo Bäumchen. Da ist noch eins. So. Und... Oh, das sind auch noch. Ich kann mich immer nicht trennen. So. Das Bäumchen noch. Das obere Bäumchen noch. Und dann reicht's nur für den Anfang. So. Wunderbar. Und auf ins Bettchen. Jetzt sind wir eh schon wieder spät dran. Und dann kommen wir auch schon in den Winter. Hui. Finally winter. Hm, so. Ist mir leid. Es tut mir leid. Also, ist ja alles geerntet, ja. Habe ich noch irgendwas in den Winter? Nein. Nein, wir haben hier noch ein bisschen Mayonnaise. Just because. Können wir die natürlich auch noch verkaufen. Ist eh schon spät. So, da. Mayonnaise. Und auf ins Bettchen. Das ist ja jetzt weiter weg. Mensch. Gut. So. Gut. Na. Ja, immerhin etwas, ne? Super. Tschüss. Bis poi. BOh! Ja. 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 S Los. Ich wohne. Shows. Swton. Vielen Dank.